Hallöchen Leute und willkommen zu meinem Let's Play von Super Mario Galaxy 2 für die Nintendo Wii. Das letzte Mal im letzten Part habe ich euch einen kleinen Zusammenschnitt gezeigt, in dem ich so ein paar Kometenmedaillen und Geheimsterne eingesammelt habe. Das Ganze sieht auf der Sternenkarte jetzt folgendermaßen aus. In Welt 1 fehlen uns hier noch drei Kometensterne, die ich mir gleich schnappen werde. In Welt 2 drei geheime Sterne und drei Kometensterne. In Welt 3 fehlt uns ein Kometenstern bisher. Und Welt 4 werde ich erst komplett abschließen, wenn die restlichen Galaxien freigeschaltet sind. Also, was wir jetzt tun werden, ist uns die restlichen Kometensterne in Welt 1 zu schnappen. Drei sind es an der Zahl und ich bin mehr als gespannt, was da mal wieder auf mich zukommen wird. Also, gucken wir mal. Pranks the Komet. Oh Gott, tut mir leid. Das war unterstes, schlechtestes, billigstes, miesestes, unterstes, billigstes, schlechtestes Englisch. Was ist ein PvP-Run, ja Speedrun? Scheinbar habe ich nur begrenzte Zeit. Sehe ich das richtig? Oh ja, 20 Sekunden, was zur, was zur, was zur, was zur, oh Gott. Ah, da gibt es eine Uhr, was macht die Uhr? Die Uhr gibt mir bestimmt Zeit oder sowas. Ach, 10 Sekunden. Aha, aha, schnell, 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 schnell. Wir haben keine Zeit, oh Gott. Ah, hier, kaputt und weg, bumm, ah, aus. Und Launch da, Launch da, lass mich da rüber, lass mich da rüber, lass mich da rüber, ups. Ui. Oh Gott, das ist ja schlimm. So, das ist viel zu hektisch für mich. Ups. So, einmal hier rüber, ah. Na los, lass mich da durch, das war saublöd. Ups. Ach, ei, 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 ei. Ja, das ist ja gar nicht mal so leicht. So, nochmal. Wir gehen einfach hier hinten rum, das scheint mir kürzer zu sein. So. Prächtig. Dann einmal nach hier oben. Einmal durch. Und zum Launch da. Ups. Bam. Und diesmal nicht im Matsch hängen bleiben. Das scheint mir irgendwie wichtig zu sein. Ups. So. So. Ah. Na los, komm schon, komm schon, komm schon. Ah. Gib mir die Uhr. Okay, prächtig. Los, 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 los. Uhr. Nein. Ah. Und weiter geht's. Auf, 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 auf. Wir haben noch keine Zeit. Oh Gott, das ist ja grausam. Ah. Oh. Das schaffe ich niemals. Hier ist eine Uhr. Einmal. Und. Na los, komm schon, komm schon. Ah. Nimm das, du elendiges Dingens. So. Ah. Nein. Jetzt. Sehr gut. Sehr schön. Okay. 30 Sekunden. Los, komm schon, komm schon. Ja, du schreib mich nur an. Ah, ich hab dir doch gar nichts gemacht. So. Nein. So. Richtig. Ah. Ups. 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 Hat er das vorher auch schon gemacht? Äh. So. Da rennt er, der kleine Scheißer. Ah. Jetzt. Ah, wunderbar. Sechs Sekunden übrig. Und der Timer läuft nicht weiter. Oh Gott, ist das hektisch. Das ist zu viel für mein altes Herz. Äh. Egal, den Power-Stern schnapp ich mir trotzdem. You got a star. Cool. Wuhu. So, damit sollten wir diese Galaxie theoretisch komplett abgeschlossen haben. Jawohl. Wunderbar. Wunderbar. Also, auf zur nächsten... Oh, neuer Komet. Auch wieder in Welt 1. Hm. Okay. Kein Problem. Ups. Go get him, Captain. Okay. Also, da haben wir jetzt alles abgeschlossen. Dann sind wir in der Yoshi-Star-Galaxie. Da kommt jetzt bestimmt auch irgendwas total Gemeines. Äh. Prankster Komet detected. Oh my God. Spiny Rainbow Romp. Aha. Ich bin gespannt. Um Himmels Willen. Das sind aber viele Spiny's. Und... Drei. Zwei. Eins. Bäm. Oh. Oh. Get them all. Okay. Ich mache euch alle fertig. Ups. Da. Nimm das. Spiny. Stirb. Spiny. Spiny. Ups. Spiny. 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 Du stirbst auch noch. Und du auch noch. Ah. Oder auch nicht. Aber jetzt. So. Und. Ups. Ups. Das war irgendwie fies. So. Ah. Ups. 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 Oh. Einen habe ich vergessen. Nein. 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 Bleib hier. Das kostet mich alles Zeit. Gar nicht schön. So. Da hinten war doch noch einer. Da vorne ist auch noch einer. Ähm. Okay. Ich denke mal. Die kriege ich noch. Spiny. Oh. Juhu. Ah. Das war ja gar nicht mal so schwer. Juhu. Juhu. Ups. Ups. Ich habe aufgehört zu leuchten. Ich will den Drogen-Mario zurück. Oh. Naja. Wieder ein Kometen-Stern. Für uns. Für uns. Damit. Haben wir 44 Sterne. Die Galaxie abgeschlossen. 1.439 Sternensplitter. Und das Spiel wurde gespeichert. Also. Wo haben wir denn den nächsten? In der Spindick-Galaxie. Das kann ja nur interessant werden. Wahrscheinlich ein Speedrun beim Boss. Da kriege ich die Kretze. Hop, hop, hop. No. Pranks of Komet detected. Schon wieder. Digga-Lax. Daredevil. Oh. Gott. Ich glaube ich weiß was der Daredevil Run ist. Um Himmels Willen. Bitte nicht. Bitte nicht das was ich denke. Das ist. Ich glaube das ist das was ich denke. Das ist das sein sollte. 3. 2. 1. Bam. Oh. Ich lande direkt beim Boss. Und. Und ich habe nur einen einzigen Lebenspunkt. Sehr gut. Das könnte sich einfach gestalten. Gar kein Problem. Ein Lebenspunkt ist mehr als genug. Oh oh. Oh oh. Ich glaube das ist irgendwie nicht mehr als genug. Ah, bewegt dich Mario. Und. Ups. Ups. Oh Gott. Einmal noch. So. Nein. Schlecht. Nochmal. Ups. 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 So ist das du Stück. Hei 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 hei. So. Ups. Oh. Oh. Das war zu früh. Oh. Aber jetzt. Ha. Okay. Und jetzt das Ganze nochmal mit zwei von diesen. Ohr. Dingern. So. 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 Um Gottes Willen. und wunderbar ich habe ihn erledigt mit nur einem einzigen lebenspunkt ich bin super awesome und du bist super tot und super explodiert dabei wow das war irgendwie fies aber damit erhalten wir stern nummer 45 und die galaxie ist abgeschlossen und mir fällt gerade auf ich habe bereits über ein drittel aller sterne gesammelt also alle normalen sterne sehr schön ok darunter habe ich mir noch die stern splitter einfach weil ich kann und das ist abgeschlossen das ist abgeschlossen fehlt nur noch das hier und wenn das in der donna wird dann werde ich ganz dolle weinen pranks der kamen detektive an den speedrun ha 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 das ist ja lieb gerade mit meinem lieblingsboss oh gott Oh, aber scheinbar starte ich direkt beim Boss. Äh, okay. Hör auf hier rum zu quaken und stirb. Ich sehe hier irgendwie keine Uhren, die ich einsammeln kann. Warum dampfst du so aus der Nase? Was hast du denn für große Augen? Oh, du hast aber einen großen Mund. Na los. Komm schon. Komm schon. Du willst es doch auch. So. Und dann macht er den Dampfzug. Ah. Versammelt. Ich sehe nichts. Aua. Ah. Sehr gut. So. Und. So. Jetzt weiter. Der hört sich wirklich an wie eine Dampflok. Ups. Und. Ups. Sehr. Ah. Und. Ah. Einen hat er noch. Ah. Komm. Das kriege ich. 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 Ja. Wunderbar. Wunder. Wunderbar. Das war ja zum Glück. Gar nicht knapp. Plupp. Ei, 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 ei. Meine Herren. So. You got the star. Wow. Und das wäre Stern Nummer 46 für uns. Das ist wunderbar. Und die Galaxie ist abgeschlossen. Und damit sollten wir theoretisch alles in dieser Welt... Ja. Das machst du ganz toll, Mario. Du bist super spitze. So. Ja. Alles gesammelt. Wow. Geil. Ja. Damit werde ich mich, denke ich mal, für diesen Part von euch verabschieden. Ich hoffe, das letzte Mal hat euch so weit gefallen. Falls ja, bitte abonnieren, bitte kommentieren, bitte gut bewerten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Über Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Oh na